Verdammt, ist das dein Ernst? Geschafft. Das hast du echt gut gemacht. Wow. Wie schön. Jetzt folgt der schwere Teil. Ja, genau. Das ist das Gefühl. Und los, hier raus. Ja. Na komm schon, versuch's doch! Was? Was ist denn jetzt los? Was passiert hier? Aber wieso denn nur? Ich versteh nicht. Das kann doch nicht. Time out! Gebt uns 3 Minuten! Was? Was soll das denn? Warum denn auf einmal? Beweg dich jetzt, komm schon! Verdammt, was ist los? Ich hab es doch letztes Mal geschafft. Was hast du denn? Gar nichts. Wirklich. Bin ich daran schuld? Das denke ich nicht. Was hat dieses Mädchen denn zu der Zeit anders gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich erinnere mich doch nicht daran. Beruhig dich jetzt erst einmal. Vielleicht fällt es dir dann ja noch ein. Der Kuss. Ja. Das kann es sein. Kuss? Was ist das? Unsere Münde haben sich dort berührt. Und dann fing alles an zu strahlen. So hell. Was soll das? So etwas habt ihr in dieser gefährlichen Situation gemacht? Nein, ich wollte das gar nicht. Sie hat das sofort getan, als ich eingestiegen bin. Ich wusste doch zu dem Zeitpunkt auch nicht, was das ist. Aber sie meinte es sei etwas besonderes. Also gut, tun wir es. Aber bitte schließ deine Augen. Was? Moment. Er muss sich wieder bewegen können. Aber. Ich werde alles dafür tun. Das macht mir absolut nichts. Ja, aber. Sei ruhig. Du zitterst, Ichigo.